So ist es und ich glaube, dass, wenn wir das schaffen, uns diese Freiheit tatsächlich irgendwie zurückzuerobern, dann werden wir glücklich. Wahrscheinlich sogar glücklich trotz Trauma. Denn genau das ist Ihr Thema, Glück trotz Trauma für alle. Ich bin froh, dass Sie hier ist. Gabriela Frist. Gabriela, schön, dass Sie da bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Ich bitte darum. Du kümmerst dich um die Traumas oder Traumata, sagt man, glaube ich, dazu. Genau. Ich bin psychologischer Berater und ich begleite primär Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wenn man bedenkt, dass heute bundesweit mehr als jeder vierte Mensch innerhalb eines Jahres an einer psychischen Erkrankung leidet, dann ist die Zahl sehr hoch. Ich liebe Zahlen. Ich will es gleich sagen. Wenn wir ja von 100 Millionen deutschsprachigen ausgehen, mal Österreich, Schweiz gleich mit dazu, jeder vierte innerhalb eines Jahres haben wir immerhin mal 25 Millionen. Wenn ich das mal so grob richtig sehe und wenn im Folgejahr die anderen vierten krank werden, wären wir ja schon bei 50 Millionen. Das ist unglaubliche Menge. Genau. Und mein Schwerpunkt ist ja eben Menschen, die Traumata erlebt haben, auch in der Kindheit. Da gibt es auch recht traurige Zahlen. Alleine in Deutschland ist das jedes dritte Kind, wo misshandelt wird. Es gibt ja verschiedene Arten von Traumata, keine Frage. Was aber in den Statistiken auch so eine Dunkelziffer ist. Die meisten psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, Burnout, Ängste oder Sucht, Sucht ist ein ganz großes Thema, auch gerade durch das letzte Sende. Und dieser Zusammenhang wurde ja noch nie aufgestellt. Aber wir spüren die Erkrankungen. Genau, dass die meisten psychischen Erkrankungen Folgeerkrankungen von Traumata sind. Und bereits vor zwei Jahren gab es ja schon Aussagen von Traumata-Experten, dass wir schon beinahe eine Epidemie von Traumata haben. Meine Mission ist es, wirklich solchen Menschen zu begleiten, aber nicht nur sie. Deshalb ja Glück trotz Trauma für alle, sondern auch Angehörige zum Beispiel. Die stehen ja meistens mit einer Diagnose da, vielleicht ihr Kind. Da gibt es ja auch vieles, vom Magersucht bis alles Mögliche. Und die wissen nicht, wohin. Und was wäre denn so ein kleiner Tipp oder Hack, wenn jetzt jemand von unseren Zuhörerinnen guckt, ich habe vielleicht auch einen Traum, aber mir geht es nicht so gut. Der erste Hack ist nicht anrufen, ist eh klar. Aber der zweite Hack, was könnten die so für sich selbst mal schnell tun, wenn sie spüren, da passiert ein bisschen was in meinem Leben? Ja, das ist auch so eine Dunkelziffer. Also Experten schätzen ja bis zu 40 Prozent aller Mitarbeiter, gehen psychisch krank arbeiten und zwar jahrzehntelang. Und das sind dann wieder ganz, ganz viele Menschen, ich sage mal deutschsprachigen Raum auch. Und ich bevorzuge Tools oder Techniken, die eh schon da sind. Also was wir sozusagen immer mithaben. So ist zum Beispiel Atem. Es ist ganz typisch, dass traumatisierte Menschen entweder in der Vergangenheit sind, eben wo dieser Traumata passiert war, oder bezogen auf die Zukunft. Zum Beispiel daraus entstehen ja die Ängste. Beschäftigen. Deshalb ist es ja sehr wichtig, im Hier und Jetzt zu sein. Und dazu ist das Schlagwort natürlich Achtsamkeit. Was ich sowieso jedem raten kann, weil dadurch ja enorm und sofort zum Beispiel auch Stress reduziert wird. Wunderbares Schlusswort. Sag dir gestern Dankeschön dafür. Das war der Mini-Schnell-Hack, um noch glücklicher zu werden. Applaus für dich, liebe Gabriele. Herzlichen Dankeschön. Applaus für dich, liebe Gabriele.